Was ist eigentlich typisch deutsch? Gibt es so etwas überhaupt? Was ist typisch deutsch? Zwar kann man niemals alle Menschen über einen Kamm scheren, wie man so schön sagt, aber einen gewissen Hang zu bestimmten Eigenschaften mag es dann ja doch geben. Den Deutschen wird zumindest nachgesagt, dass sie besonders pünktlich sind und besonders diszipliniert. Und auch wenn du bestimmt Leute kennst, die gar nicht so sind, gibt es eben doch viele Deutsche, die immer pünktlich kommen, alles ordentlich und korrekt erledigen und die sehr gewissenhaft sind. Was gilt noch als typisch deutsch? Die Deutschen sind sportbegeistert. Für Sport interessieren sich viele Deutsche. Sportvereine haben hierzulande hohen Zulauf. Besonders viele Menschen spielen Fußball. Auch Handball und Volleyball sind beliebt. Man sieht auch viele Menschen joggen oder Radfahren. Andere ziehen in Schwimmbädern ihre Bahnen oder gehen ins Fitnessstudio. Nicht nur selbst Sport treiben ist aber beliebt, sondern auch das Zuschauen. Hier steht vor allem der Fußball hoch im Kurs. Deutschland wurde schon viermal Fußball-Weltmeister, nämlich 1954, 1974, 1990 und 2014. Beliebt bei Zuschauern sind aber auch Handball, Basketball, Eishockey, Motorsport, Boxen und Wintersport wie Biathlon, Skispringen, Langlauf oder Eiskunstlauf. Die Deutschen sind auch reiselustig. Die Deutschen reisen auch gerne. Zumindest vor Corona war das so. Es gab rund 10.000 Reisebüros in Deutschland. Die Anzahl der Reisenden betrug jedes Jahr 53 Millionen. Hier wurden Urlaubsreisen ab fünf Tagen Dauer gezählt. Jedes Jahr waren die Deutschen insgesamt rund 1,6 Milliarden Urlaubstage unterwegs. Jeder Deutsche verreiste im Durchschnitt 20 Tage im Jahr. 70 Prozent der Reisen gingen ins Ausland. 30 Prozent wurden in Deutschland verbracht. Von den Auslandsreisen waren 8 Prozent Fernreisen, 60 Prozent flogen ins Mittelmeer und rund 10 Prozent fuhren mit dem Auto in die Nachbarländer. Die beliebtesten Ziele der Deutschen waren im Jahr 2016 Spanien und Italien. Hier gibt es ab 2020 große Änderungen. Vor allem wird mehr Urlaub in Deutschland gemacht. Reiselustig werden die Deutschen aber sicher bleiben. Die Deutschen lieben Vereine. Viele Deutsche sind in einem Verein. 24 Millionen nämlich. Ganz vorne stehen die Sportvereine, von denen es rund 90.000 gibt. Der größte Verein mit 20 Millionen Mitgliedern ist der ADAC. Und was gilt noch als typisch deutsch? Gartenzwerge galten lange als Kitsch und typisches Deko-Objekt von Spießbürgern. Heute hat sich das Bild etwas gewandelt und es gibt auch moderne Gartenzwerge. Der hier sieht doch nett aus, oder? Wurst und Fleisch mit Sauerkraut und Kartoffeln gelten als typisch deutsches Essen. Im Englischen nennt man die Deutschen selbst sogar etwas herabwürdigend Krauts. Dabei essen wir doch gar nicht so viel Sauerkraut, oder? Der Strandkorb ist nicht nur eine deutsche Erfindung, sondern auch ein deutsches Phänomen. In anderen Ländern kennt man ihn nicht. Skat ist wohl das typischste deutsche Kartenspiel. Es wurde 1820 in Altenburg in Thüringen erfunden. Skat wird in Deutschland viel gespielt und es gibt sogar eine Bundesliga. Und was vermissen deutsche Auswanderer im Ausland am meisten? Das Schwarzbrot. Brot ist überhaupt in großer Vielfalt vorhanden. Die berühmtesten Dichter Deutschlands sind Goethe und Schiller. Wenn jemand was besonders Schlaues zitiert, ist es höchstwahrscheinlich von Goethe oder Schiller. Die Kuckucksuhr stammt aus dem Schwarzwald und ist weltweit bekannt. Typisch für Deutschland sind auch seine Weihnachtsmärkte. Im deutschsprachigen Raum gab es die ersten Märkte dieser Art schon im 14. Jahrhundert. Typisch deutsche Tiere gibt es auch. Rehe, Hirsche, Marder, Wildschweine, Luchse und Füchse leben natürlich nicht nur in Deutschland, aber man kann sie wohl doch als typisch deutsche Tiere bezeichnen. Was meinst du? Was sind Vorurteile oder Klischees über die Deutschen? Und was stimmt wirklich? Sind Deutsche Weltmeister im Mülltrennen? Tragen Deutsche gerne Socken in Sandalen? Lieben die Deutschen ihr Auto und ihre Autobahnen? Stimmt's oder stimmt's nicht? Und vielleicht ist es ja auch viel interessanter, nicht zu schauen, was typisch deutsch ist, sondern darauf, wie vielfältig und vielgestaltig Deutschland ist. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns doch einen Daumen hoch und abonnier unseren Kanal. Weitere tolle Infos zu 195 Ländern gibt es auf kinderweltreise.de